Geht er raus oder zu seinem Kumpel? Oh shit. Ist noch jemand. Hier drüben ist noch irgendwo jemand. Juhu! Das war der Krachschuss des Jahres. Hey, ich bin wieder da. Es ist Wochenende. Die Woche ist also endlich vorbei. Und trotzdem ich nicht wirklich viel Zeit hatte, um Escape vom Tag auf zu spielen, habe ich doch ein bisschen Material zusammengetragen aus der letzten Zeit. Und das dreht sich hundertprozentig um Scaf Rates. Das ist eine Sache, die der eine mag, der andere nicht. Ich liebe Scaf Rates einfach um der meist dann doch recht miserablen Ausrüstung und der damit verbundenen Herausforderung wegen. Und deswegen hoffe ich, euch macht es ein bisschen Spaß hier zuzuschauen. Ich verabschiede mich in den Rest des Wochenendes und sage Tschüss und viel Spaß. Hier war noch ein Spieler. 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 shit komm hopmets fuck was ist denn hier los die Scafs machen mich alle ich blute aus fuck 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 habe ich noch irgendwas womit ich schießen kann ja die pistole fuck 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 Was ist das? 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 Wer hat hier die M4? Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, nice Den nehme ich doch mit Go, jetzt fahren wir los Schlachtfeld Perfekt ZDF, 2020 Hier liegt wirklich alles rum Ja, so ist besser Na, wir sehen noch was Nö Ich gehe trotzdem noch einen Oh, shit Oh, shit Scheiße, er ist wirklich tot Okay, jetzt ist er wirklich raus Wow, voll der Loot Goblin, aber überlebt movie, Already